so hallo zu einem neuen video heute mal zu dem thema quasi wie schließe ich eine lampe an warum werden die drähte an der lampenfassung angeklemmt ich habe viel im internet gesehen dass da leute schreiben ja es ist völlig egal wie man das anschließt von der funktion her klar ist es egal aber von der gefahr her ist es natürlich nicht egal wir haben jetzt hier mal als beispiel eine lampe die kaputt ist und damit möchte ich euch jetzt mal simulieren das solltet ihr jetzt nicht nachmachen ich weiß jetzt wie ich es machen muss deswegen das dient jetzt einfach nur als beweis sage ich mal warum es nicht egal ist wie ihr die fassung anklemmt also ob jetzt den braunen auf dem blauen macht oder den blauen auf dem braunen genau das zeige ich euch jetzt mal dazu werde ich jetzt mal die funktionierende lampe rausschrauben und werde die kaputte reinschrauben das heißt klar die kaputte wenn ihr den lichtschalter betätigt leuchtet sie nicht und das ist auch unser haupt problem ich werde jetzt hier oben mal die zwei drähte vertauschen so wir haben das jetzt hier mal vertauscht und jetzt hier nur mal dass ihr wisst was ich meine die fassung hat zwei kontakte ein kontakt der fassung geht hier auf das gewinde und der andere kontakt geht hier unten auf dem sockel richtig ist es dass die geschaltete draht auf den sockel auftrifft und nicht auf das gewinde warum sollte er nicht auf das gewinde auftreffen wir werden jetzt hier mal einsichern genau werden jetzt hier mal einsichern wir haben jetzt hier noch unsere unseren tastaufbau das heißt irgendjemand schaltet die lampe an die lampe leuchtet nicht okay derjenige weiß jetzt natürlich also derjenige wird halt dann die lampe austauschen sieht halt jetzt nicht mehr quasi wurde die lampe schon mal angemacht oder nicht weil bei der tasterschaltung auch die stellungen immer in der gleichen position sind das heißt er würde jetzt hingehen und würde natürlich einfach ganz normal die glühbirne rausdrehen und jetzt zeige ich euch das problem an der sache genau wie wir jetzt hier sehen ich messe jetzt hier 230 volt genau und die 230 volt die sind jetzt nämlich hier an der an der fassung das heißt wenn jetzt irgendjemand die wechselt die lampe der weiß natürlich nichts der könnte halt mit der hand hier leicht vorne an die an die an das gewinde kommen und würde halt natürlich einen elektrischen schlag bekommen währenddessen er die lampe raus schaut und vorne vielleicht in kontakt kommt von daher ist es wichtig dass die phase nie am gewinde anliegt sondern immer am sockel kontakt weil da kommt er natürlich wenn die drin ist nicht in berührung also hier ist dann der neutrale leiter am gewinde und die phase ist am sockel da kommt er nicht hin dass die lampe draußen und genau jetzt wollte ich nur kurz zeigen wie könnt ihr das feststellen welcher richtiger kontakt ist also hier ist es jetzt natürlich farblich gut gekennzeichnet hier ist es natürlich farblich jetzt gut gekennzeichnet wir wissen jetzt hier automatisch das auch eine gute fassung die hat auch hier einen besseren berührschutz die können wir euch auch mal verlinken also ich würde auch empfehlen solche fassung zu nehmen wo das gibt wo nach dem gewinde noch mal ein gehäuse übersteht dass ihr da auch fehlerweise wenig mehr wirklich da in berührung kommt wie findet ihr das raus welcher kontakt ist der richtige müssen wir hier mal kurz unserem messgerät umstellen auf die durchgangsprüfung genau ihr seht ihr jetzt hier auch die zwei kontakte hier ist einmal unser sockel kontakt und der daneben ist unser gewinde kontakt und hier nehmen die halt einfach jetzt sagen wir mal also geht mit einem messspitze auf dem braunen draht und das müsste ja theoretisch jetzt unser sockel kontakt das heißt hier dann haben wir auch das messgerät gleich hier ist unser sockel kontakt der braune da könnt ihr halt dann feststellen welcher sockel kontakt ist und dann wisst ihr auch genau wie wo ihr die phase anklemmen ist und hier seitlich ist dann unser gewinde der blaue genau dann haben wir das thema jetzt hier mal beseitigt und euch mal gezeigt warum es gefährlich ist die phase aufs gewinde zu legen technisch natürlich kein problem lampe trotzdem an je nachdem egal wie es an klemmt aber ja von der richtigkeit her und um fehlerfälle zu vermeiden dass nichts passiert müsst ihr halt darauf achten was viele leider nicht machen ich hoffe euch hat das video gefallen ihr könnt gerne daumen um lassen wenn es euch gefallen hat wir würden uns freuen wenn ihr uns abonniert wir werden jetzt nicht seit wieder neue videos bringen und dann seid ihr natürlich immer dabei und könnt uns gerne eure fragen stellen werden euch natürlich auch wie ihr seht in den kommentaren immer wieder tipps und hilfreiche hinweise geben genau dann bis zum nächsten mal